Willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir spielen weiter bei Dead Island. Und wir müssen ins Waffenlager und jetzt eine Munitionskiste holen. Ja, das hole ich mir. Warum kann ich das nur eintauschen? Nein, dann nehme ich es nicht. Aber zuerst will ich noch meine Waffe reparieren. Molotow Cocktail. I can die! 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 Stehen die auf? Nein. Das sind feindliche Überlebende. Oh, ja. Ah! Oh, die sind uhrverbrannt. Noch ein Molotow Cocktail. Alter Nicole, du ist die Tür schießen. Hä? Oh, das ist besser. Oh, das ist besser. Oh, das ist besser. Okay, also wir müssen jetzt den Generalschlüssel holen. Oh, das ist besser. Oh, das ist besser. Oh, das ist besser. Ach, hier ist der Schlüssel. Oh, das ist besser. 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 in Cocktail Ja, Levelaufstieg Ich könnte Gesundheitsregeneration upgraden Ja, mach ich Looks like we're gonna be here a while So we need some food My boys get too hungry they get cranky they get mean things could get rough How about you go for the kitchen and bring us back some food, huh? Yeah The kitchen is nearby next to the cafeteria I can't stay here I can't do it I can't Jin cannot handle this Please hurry Here is the kitchen here is the kitchen Fleischköder I can't do it I can't do it I can't do it Molotov Cocktail Oh, the Die verbrennen alle So Okay, I can't do it here Okay, now I can do it Noch ein Molotow-Cocktail. Oh, da sind wieder Infizierte. Oh, das macht viel Scham. Das ist das, was ich zu sagen. Die Pistole ist gut. Jedoch ein gutes Visier. Die Pistole ist gut. Ich muss jetzt einen Weg zum Wafflager in Zellblock B finden Achso, ich muss hier nach unten Nein Achso, ich mache das wieder Oh, oh, oh. Hey, die Anemotion hat gerade vorgefehlt. Oh, ein Selbstmorder. Hey, die Achse ist sehr schlecht. Schon wieder ein Infizierter. Sogar zwei. Die sind so stark. Alter! Habe ich sie nicht getroffen? Ja, Pistole Munition. Machete gleich wieder reparieren. Noch Molotow Cocktail. Oh, hinter mir? Ich treffe ihn einfach nicht. Nein, 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 nein. Ich bin schon wieder tot. Ja, Kumpels werde ich aber nicht mehr sterben. Oh! Hier sieht man auch mit den Zombies drin. Aber ich habe ein Medikit bekommen. Noch ein Medikit. Oh! Ich bin wieder ein Schläger. Ich bin wieder keine Ausdauer mehr. Ich heil mich mal. Ja, okay, den werde ich jetzt nicht töten. Ich gehe nach oben oder nach oben? Ja, nach oben. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag ist er gestorben. Und hier liegt viel Munition. Aber ich kann nur eins davon aufsammeln. Jetzt muss ich wieder einen anderen Weg finden. Nein, nicht wieder hier. Es sind so viele Zombies. Die Mission ist echt richtig schwer. Ja. Oh, 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 oh. Einfach schnell durchrennen. Wieder Infizierte. Hinter mir. Nein. Noch ein Rama. Ich glaube, das ist die schwerste Mission, die ich bis jetzt gespielt habe. Untertitelung des ZDF. 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 Da, wo bin ich jetzt? Bin ich in der Kanalisation? Tune. Das ist alles voller Blut. Jin, look out! Someone's coming! Quiet! Our friends! They've come for us! All was quiet. And then everything went crazy. A mob of prisoners attacked Titus and his men, and then the undead came, attracted by the screams. Moen spirited us away and traded his boat to Alvaro so that he would tell us how to find you. He was helping us into a ventilation shaft when the dead got their hands on him, and he sacrificed himself so that we could get away. There were too many. There was nothing we could do. They tore into him like hungry animals, and all we could do was watch. If not for Moen, we would not be here. Yeah, you might. Quick, get into the elevator. Hä? Wieso bin ich jetzt gestorben? Hey! Get up! Wake up! This ain't no time to be taking a damn nap! What happened? The fucker gassed us! I heard you talking to White. I'm the one who helped you open the locks. We gotta get the hell out of here. Like, now. And how do we do that, since Colonel Trust Me just fucked us? You had something he wanted. He came in here and took it right off you, like he knew just where to find it. The vaccine. Ah, what the hell. Well, that's just great. Told you we couldn't trust them. We gotta move. Come on. There's a chopper on the roof. It's waiting for White. And if that asshole reaches it before we do, he's flying the fuck out of here and calling in the bombers. Thermonuclear annihilation. The whole goddamn island. We gotta catch him while we still have a chance. What chance is that? White's headed to the hospital. He's picking up his wife to take her to the chopper. Being she's out of her goddamn mind, that'll take some time. He's going through the left wing. Not so many infected, but that's the long way. So, what's the short way? Take the elevator to the top, which takes you straight to the other wing of the hospital. It's riskier, but we can reach the roof faster. Only the badasses should take the elevator. Me and the rest will take the safer way and meet you at the top. Shake a leg for fuck's sake. Okay, wir haben schon 96% in der Story, aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.